So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Erstmal haben wir hier den super Hintergrund mit Pannflamm, mit Bummels. Den wollen wir jetzt verändern, indem wir hier den Handybildschirm einfach rüberschieben. Das sieht man ihn nicht mehr, jetzt sieht man aber Griffel. So ist das aber irgendwie besser aufgeteilt. Man sieht dann hier oben das Pokémon GO-Logo, man sieht die Hälfte von einem Fernglas, das passt. Ich nehme dieses Video jetzt am Sonntag auf. Da war nämlich der Forschungstag mit Kommandutan und Quartermack. Quartermack, das erste Mal als Shiny auch verfügbar. Man konnte also 3 Stunden, 14 bis 17 Uhr raus, Pokestops drehen, Feldforschungen erhalten, diese lösen. Und eine Begegnung mit Kommandutan oder Quartermack herbeizaubern. Mit einer Shiny-Rade 1 zu 10 konnte man sich diese beiden Pokémon, diese Affen einfach mitnehmen. Ich finde Quartermack ja sowieso richtig genial. Kommandutan erinnert mich dann immer an Joel. Grüße gehen raus an Joel, weil mein Shiny-Kommandutan damals, das war das letzte, was ich getauscht habe, bevor mein Main-Account damals gesperrt wurde. Das hat sie hoffentlich in Ehren gehalten, denn das hat ihr gefehlt, das hat sie nicht gekriegt, dann war es weg. Jetzt habe ich eigene. Was ich auch habe, ist ein Ticket bekommen von IceCorp Jens. Jetzt ist das ja, ihr habt immer die Möglichkeit, die Events so zu spielen oder ihr nehmt ein Ticket mit und spielt die dann. Im Ticket gab es diesmal zwei Forschungen. Die befristete Premium-Forschung mit Kommandutan, das sieht man hier. Da waren die Aufgaben 15 Feldforschungsaufgaben insgesamt abschließen und überall kommt Kommandutan raus. Dann gab es gleichzeitig aber noch eine zweite, nämlich mit Quartermack, die gleichzeitig gelaufen ist. Also man musste nicht die eine abschließen und dann an die nächste kommen. Das ist beides gleichzeitig gelaufen. Auch hier insgesamt 15 Feldforschungsaufgaben lösen, um Begegnungen dann hier mit Quartermack zu haben. Ticket von IceCorp Jens, das ist alles gesagt. Jetzt gehen wir hier rein, mal direkt ins Spiel. Und dann möchte ich euch mal kurz meine Ausbeute zeigen, die ich ungefähr hatte. Und dann die Tickets noch abholen, denn die Ticket-Belohnungen habe ich noch nicht abgeholt. Da kriege ich ja jetzt nochmal Kommandutan raus, 15 Mal, nee 16 Mal. Und 16 Mal auch Quartermack, was Shiny sein kann. Vielleicht ist ein Hunderter dabei. Das sehen wir uns an. Aber mit was hat es angefangen bei mir? Hier habe ich ein Tarnel-Döner-Raid gemacht. Das kann ich kurz bewerten, das sieht so aus. Okay, und dann ging es los. Ich habe immer versucht, mit meinem Queststabel ein bisschen zu arbeiten und nicht viel laufen zu müssen, wenn ich an einem Stopp war. Und da war noch einer, dass ich gleich dann den nächsten wieder drehen konnte. Das ist das erste Kommandutan, was ich hier gefangen habe. 10, 15. Dann kam wieder eins, wieder eins, Quartermack. Das zweite Quartermack, was man dann bekommen hat, 12, 77, war schon direkt ein Shiny. Hier im Ganzkörperkostüm sieht auf jeden Fall interessant aus. Das ist also das Normale. Das ist ja hier weiß und grau und hat dann hier so eine Wassermelone in der Hand. Die ist dann plötzlich eine Honigmelone. Und dann hat er einfach sich, weiß ich nicht, auch ein bisschen gefärbt. So, dann ging es weiter, weiter, weiter. Dann das nächste Quartermack-Shiny, das erste Kommandutan-Shiny hier. Dann wieder Kommandutan-Shiny, nochmal Kommandutan-Shiny, nochmal Quartermack-Shiny. Da habe ich schon gedacht, eigentlich kannst du aufhören, weil du wolltest eigentlich nur einen Shiny von beiden mitnehmen. Hast du auf jeden Fall erfüllt. Hier kam wieder ein Quartermack-Shiny, nochmal Kommandutan als Shiny. Und am Abschluss gab es nochmal einen Döner-Tanel-Raid, den ich gemacht habe. Wenn ich jetzt mal hier so reingehe und schaue, nach vier Sternchen, jetzt hängt es wieder, vier Sternchen, habe ich kein Hunderter bekommen im Quest Day. Okay, dieses Lucario habe ich gestern aber getauscht, hier guck, von Mäusekind, Meiningen, Mega-Raid, einfach so getauscht. Wir waren keine Glücksfreunde, nix, das ist ein Hunderter geworden, da habe ich dann gleich die Mega-Entwicklung durchgeführt. Den möchte ich demnächst eigentlich ein bisschen pushen, beziehungsweise, ach komm, dass die dabei ist, wir pushen den einfach schon so. Und das ist ein Hunderter, also eigentlich kann ich so weit pushen, wie es geht. Hier, 118 XXL, XL Bonbons noch drauf, wir pushen den direkt erstmal auf 2,8. Mit dem werde ich laufen, als Best Buddy dann machen. Dann muss ich hier nochmal reingucken, XXL gab es hier nix, XXS gab es hier auch nichts. Wenn ich jetzt Quartermack eingebe, habe ich, was ist das Beste, was ist das Schlechteste? Das müsste das Schlechteste sein, zwei Sterne mit 10, 11, 12. Und das Beste, wenn wir es jetzt rumdrehen, müsste das mit 12, 93 sein, das ist ein 96er. Also 96er ist das Beste, was ich jetzt gerade hier habe. Quartermack und Shiny, vier Stück. Ich habe natürlich nicht die komplette Zeit gespielt, es ist bei mir jetzt 15.30 Uhr, also die Hälfte vom Quest Day. Vier Stück, bei Kommandutan, wenn man das eingibt, haben wir auch vier Stück, das passt. Und wenn ich hier jetzt schaue, was ist das Schlechteste da? Da ist das Schlechteste ein Shiny mit 10, 11, 13. Und das Beste, hier oben, 10, 47, ist ein 98er. Also das ist cool, 96er und 98er. Aber wir können ja immer noch die Quests abholen vom Ice-Skorp Jens. Dafür müssen wir jetzt hier rüber. Wir fangen mit Kommandutan an. Wieso ist das hier unscharf? Das ist schon die ganze Zeit. Ich habe nicht einmal hochgeguckt, sonst hätte ich vielleicht gesehen, das ist egal. Ihr seht doch eine Silhouette, ihr seht, dass ich da irgendwo bin. Der Rest ist egal. Wir drücken hier drauf, wir holen jetzt ab und hoffen, dass das alles drinne bleibt. So, wir nehmen auch dies, Curven. Ach so, wie hoch muss es denn jetzt sein? Hat sich jemand den Wert gemerkt? Ja, wir sind bei 10, 21. 10, 35. Ist auf jeden Fall schon mal mehr. Junge, der Bo, was machst du da? Jetzt ist der nicht mal drin, ist nicht mal gefangen. 10, 35. Die Affen, die hüpfen, die Affen, die springen. 10, 8. Jetzt könnte das vielleicht der Schlechteste sogar sein. Ich hole die jetzt einfach alle ab. 10, 35, merken wir uns trotzdem. 10, 16. Also es ist immer noch 10, 35. Vor allem steht er extra immer auf. Hüpft dann hoch und setzt sich dann wieder auf seinen Hosenboden. So. Einfach fabelhaft. So ein Querulant. 10, 28. Wir sind immer noch bei 10, 35 als Bestes. 10, 35 als Bestes. 10, 32. Also 35 bleibt. Cool wäre es natürlich, wenn wir jetzt hier ein Shiny Kommandutan hätten. Noch live im Video. Und ein Shiny Quartermack live. Live im Video. Aber ich kann dafür nichts garantieren. 10, 22 ist auch nichts. Mann. Kann er nicht einfach kurz warten, bis man einmal schießt. Muss er denn immer direkt hoch? Jetzt wollte ich sagen, diesmal klappt es. Diesmal bleibt es sitzen. Und ich kann werfen, ohne dass er rumzappelt. Nein, am Ende zappelt er trotzdem hoch. So. 10, 35. Das heißt, den haben wir schon mal. Müsste genau der Identische sein. Immer wieder runter, die unendliche Liste. 10, 47. Jetzt habe ich mir natürlich das 98er nicht gemerkt, wie gut das war. Ich habe das jetzt... Oh, da ist es. Ein Live-Shiny. Mit 10, 15. Man könnte natürlich bei allen jetzt hier gelbe Beeren nehmen oder sowas, damit die besser drinbleiben. Aber... Ach, gelb. Das ist, weil ich schon wieder nebenbei lese, was oben der Bo kommentiert. Man könnte natürlich gelbe Beeren nehmen, da die ja sowieso drinbleiben, um nochmal mehr Bonbons rauszuholen. Man hätte sich sowieso, ich glaube, Typ normal, boosten können, damit man auch mehr XL kriegt beim Fangen von den ganzen Belohnungen hier raus. 10, 18. So. 10, 18. 10, 18. Ein Shiny. 10, 45. War das eben 47 oder war das 45? Nehmen wir auf jeden Fall mit. Was ist das? Ist das überhaupt Typ normal? Ist das Typ Pflanze? Ist das was anderes? Ich muss mal ganz kurz, jetzt macht es mich muschig. Normal und Psycho. Ist das andere da Normal und Kampf? Ich weiß gerade gar nicht, was Quartermack ist. 10, 24. Aber normal könnte man Kommandutan also pushen, wenn man einen Normaltyp jetzt mega entwickelt. Ei, 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 ein Rumgehüpfe und Rumgesaue da. So. Es zieht sich auch ein bisschen. Aber wir haben das zweite Shiny mit 10, 10 im Queststabe. Also nach der Rechnung hätte ich gar keinen Questday spielen müssen. Ach doch, ich hätte ja die 15 Forschungen gebraucht, damit ich das hier abholen kann. Und am Ende 10, 8. 10, 8 war doch der Schlechteste, oder? 10, 8 war der Schlechteste. Jetzt muss ich es nochmal eingeben. Kommandutan. 10, 8. Ist jetzt ganz unten. Und andersrum gedreht. 10, 47. Die habe ich aber eben erst gefangen. Dann war 45. Und 6, 90er. Ah. 2, 98er. 2, 98er gerade noch bekommen. Aus der Forschung. Wie sieht es jetzt aus mit Quartermack? Haben wir da auch ein Shiny dabei? 12, 7 und... Oh, der handelt ja genauso rum. Also eigentlich habe ich das ja vorhin schon gemerkt, aber... Ich dachte hier aus dem Queststabel, da chillen die kurz mal. Guck dir das doch an. Guck dir das an. Da wirst du ja komplett... Plem, plem. 12, 57. 12, 96. Das müsste auf jeden Fall ein guter sein. War der andere... Über 13 kann der glaube ich gar nicht haben. Ist das das 100er? Oder war der andere auch bei 6, 90? Ich glaube irgendwas im 12, 90er Bereich hatte ich. Was schon ein 6, 90er war. 12, 49. Also wenn ich eins über 12, 96 sehe, jetzt gehe ich ganz stark davon aus, dass das dann ein... Lass mich doch mal hier die Hyperbälle nehmen. Komm, gib mir die Hyperbälle, dann bleiben die auf jeden Fall drin. Da kann er rumkaspern, wie er will. Nee, er bleibt nicht drin, weil ich wieder daneben geschossen habe. So. Oh, Junge. Wieder daneben, wieder daneben. Und er ist drin, er ist drin. Jetzt riesig. Geil. Also, schön, meine ich. Weil es ist ja auch noch... Da hat man die WP gar nicht gesehen. Muss ich wieder hier drücken. 12, 74. War das der Fette? Ja. Es ist nämlich gleichzeitig auch Showcases noch mit Quartermang und Kommandutan. Dann, das heißt, da kann man noch setzen. Bitte nicht. Da kann man noch setzen und was gewinnen. Mit dem fetten Großen habe ich natürlich gute Chancen. 12, 83. Die sind jetzt alle relativ hoch. Mann. 12, 83. Jetzt habe ich einen übersprungen. Das ist der Trick. So müsste es machen. 12, 70 und wieder drunter geworfen. Der macht das auch zweimal. Wollen wir so am besten warten mit dem Werfen dann. 12, 61. Und? 1, 2. Und jetzt werfen und dann treffe ich bestimmt rein. Irgendwo hin. Irgendwo hat er hingetroffen. Das hat auch gereicht. Zum Glück hat man Hyperbälle. 12, 89. 1, 2. Hüpf und gut. Ah. Jetzt habe ich den Dreh raus. Jetzt. 12, 92. Nein. Ich habe daneben geworfen. Aber jetzt. Komm und rauf. Es ist noch kein Shiny dabei. 12, 92. 12, 89. Oh. Fast hätte er getroffen. Ich dachte, das funktioniert, dass ich es noch schaffe. Man kann wahrscheinlich nicht curven und treffen. Hier. Warte. Zack. Curve. Getroffen. Yeah. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, wie viele er hatte. 12, 76. Naja. Das ist auch zu hektisch alles. Das ist zu hektisch. 12, 87. Ging sich aus. Ne. Ist noch nicht drin. Hier. Zack. Bam. Boom. Gut. Ist drin. Und drei Stück sind es noch. Shiny. 12, 55. Also wir haben es geschafft. Beide aus dem Queststabel in Shiny zu kriegen. Das ist cool. Fürs Thumbnail vor allem. 12, 65. Hm. Dieser dreckige Kreis, der sich mitbewegt. Bis man einfach gar nichts mehr erkennt. Perfekt. Und jetzt der letzte unten nochmal. Nochmal 1000 Staub. Nochmal 2500 EP. Und 12, 70. Haben wir nochmal rum. Genau. Und dann bitte ein. Aha. Wollte sagen. Ein groß. Ein fabelhaften zum Ende. Aber ging sich nicht aus. So. Wie machen wir es jetzt mit QuarterMech? QuarterMech. VP. 12, 49 war der schlechteste. Aber schaut mal. Ich hatte vorhin 93. Und das war ein 96er. Und jetzt haben wir den 96er. Dann ist das ein 98er, oder? Ah. 12, 96 ist ein 98er. Hätte auch ein 100er sein können. Wenn das 3 mehr ist. Vielleicht ist das dann nochmal 3 mehr. Vielleicht kommt er genau auf 12, 99 im Angebot. Das wäre auf jeden Fall fett. So. Konda, Wirbler. Das Ding ist nur Kampf. Also. Den hätte man gar nicht boosten können mit nochmal. Hätte man wieder Kampf machen müssen. Muss man sich entscheiden. Ich hätte lieber QuarterMech geboostet als den Rest. Ansonsten waren das jetzt meine Sachen. Danke an Eiskorb Jens. Dank dir habe ich ja jetzt die Shinies bekommen. Und ich muss sagen. Die Aufgaben waren durchweg gehen eigentlich gut. Sonst ist er ja immer dabei. Verfütter hier 30 Beeren. Oder lauf 10 Kilometer. Oder mach mit dem Buddy sonst was. Und verdien nochmal 300 Herzen. Aber diesmal war immer nur 3 Naderbären füttern. Würfe. Fangen. Würfe. Fangen. Würfe. Fangen. Wieder ein paar Bären. Würfe. Fangen. Zack. Fertig. Boom. Also. Ich fand. Der war richtig cool. Der war gemütlich. Der war gemütlich. Einmal war dabei. Kämpfen wir in einer Arena. Da war eine blaue Arena. Das hat auch gepasst. Aber sonst. Durchweg gehen eigentlich. Gute Aufgaben. Leichte Aufgaben. Schnelle Aufgaben. Kenne ich sonst nicht. Sonst ist da immer viel Mist dabei. Aber dieser war gut. Der hat Spaß gemacht. Danke dafür. Wie ist eure Ausbeute? Wie habt ihr abgeschnitten? Schreibt es mir rein. Peace out Vorhaut. Euer Ramses. Und wer hat das 100% Shiny Quarter Make bekommen für Raider Mittwoch? Das seht ihr dann am Mittwoch. Peace out Vorhaut. Und ciao.